2. 5. 6. 6. 8. 8. 10. 11. 11. 12. 11. Ein groß zu Hause. Eins, zwei, 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 und so für die Kussform. Die sind schon hier bei keinerlei Bestand zu geben. Von wo auch so? Die sind schwächig, die sind hier auch. Wenn du gerade mal drin kommst, die langer sind, die der Bär bewegen, dann hat es niemanden fest. Steil! Dolly, dich bleibt noch zweihandeln. Jawoll! Sh ε. Du bei der Größte! Du schickst aus, halb das nicht gerade oder schlagst du runter oder neben wo? Schlagst du hinten gerade? Die linke gerade, das B-Buch. Bleib überstehen, schlagst du jetzt. Die zweite, die könnte sich nachher. Was ist das? Sehr sicher. Hey! Kannst du eben, super. Mach weiter, kannst du eben. Ja, das ist schon gut. So! Auf! Kommt doch schon an. So ist die Fremdebühne, dann passt das. Mit der Linke gerade mal anfangen. Die Linke gerade mal anfangen. Die Linke gerade mal anfangen. Näher stehen und am Link anfangen. Stehen wir! Als erst stehen! Schön! Danke für den Abschluss, danke dir auch für den Überhacken. Stehen, stehen! Einmal, ich komme vor mir. Hau! Nein, ich komme vor mir. Hau! Nein, ich komme vor mir.